Uwe, nach drei Niederlagen nur noch einen Punkt gewinnen gegen Eintracht Braunschweig. Wie ist dein Fazit zum gestrigen Spiel? Insgesamt sind wir natürlich nicht zufrieden. Ich glaube, wir sind gut ins Spiel gekommen, haben schnell mit 2-0 geführt. Normalerweise sollte das die nötige Sicherheit geben. Das hat es leider gestern nicht. Ich glaube, wir sind insgesamt nie so richtig zu unserem Spiel gekommen. Der Gegner stand sehr tief, hat uns dem Ball sehr, sehr viel überlassen. Wir haben es leider nicht geschafft, den Gegner vor mehr Probleme zu stellen, uns mehr Chancen zu erarbeiten. Am Ende müssen wir tatsächlich sogar mit dem Punkt zufrieden sein, wo wir am Ende in Unterzahl waren. Von daher können wir insgesamt mit der Leistung nicht zufrieden sein. Wir nehmen den Punkt jetzt mit und müssen schnellstmöglich versuchen, am Samstag das Ding wieder zu drehen. Also überwiegt am Ende die Freude über den Punkt, Quinn, oder doch eher die Enttäuschung über die nicht gewonnenen Dreizähler? Ja, wenn du drei Spiele verloren hast, dann ist es sicherlich nie einfach, für insgesamt immer noch eine sehr junge und eher unerfahrene Mannschaft wieder in die Spur zu finden. Ich glaube, das hat man gestern gemerkt. Es ist nicht jeder so mit der Leichtigkeit unterwegs, wie sich das jeder wünscht, auch der Fan vielleicht draußen. Jeder Schritt ist im Moment ein bisschen schwerer, den müssen wir uns hart erarbeiten. Von daher nehmen wir den Punkt jetzt so mit. Natürlich haben wir uns mehr hervorgenommen, ganz klar, zumal wir auch 2-0 geführt haben. Und trotzdem hat man auch gestern gesehen, dass wir im Moment hart dafür arbeiten müssen, Punkte zu holen. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Von daher müssen wir dranbleiben und uns das Glück wieder erarbeiten. Trotz alledem habt ihr zwei Tore geschossen und am Samstag geht es direkt weiter. Wie geht ihr das Spiel in Osnabrück an? Ja, es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Es ist natürlich auch ein Derby. Also von daher ist das ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. In der Vergangenheit gab es immer interessante und wichtige Spiele gegen Osnabrück. Ich glaube, es gab, wie gesagt, die Spiele um den Abstieg und nicht-Abstieg, um den Aufstieg. Von daher ist das ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Gerade mit Hinblick auf die kleine Pause über Weihnachten wollen wir natürlich mit dem Erfolgserlebnis in die kleine Weihnachtspause gehen. Und das ist ein unheimlich wichtiges Spiel für uns, auf das wir uns jetzt vorbereiten ab heute. Und die Zeit ist kurz. Wir müssen gut regenerieren, um dann am Samstag wieder mit Vollgas da zu sein und dem Osnabrück die drei Punkte zu holen. Danke dir und viel Erfolg am Samstag. Danke.